Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Bevor wir allerdings über den Unfall von Mick Schumacher sprechen, kommen wir jetzt erstmal zum Ferrari-Desaster. Das Ganze hat sich ja nämlich in der 22. Runde ereignet. Da können wir uns auch mal die Bilder dazu anschauen. Ne, das ist Red Bull, wir fangen erstmal mit Ferrari an. Da sehen wir es also hier, das sollte ein Doppel-Boxen-Stop werden. Eigentlich sollte es es nicht werden. Erst hieß es, komm rein und dann hieß es, stay out, box, box und dann stay out. Und dann war es aber schon bei dem Wort stay out ein bisschen zu spät, weil nämlich Charles Leclerc ja schon bereits in die Box reingefahren war. Und er hat sich dann tierisch aufgeregt, er hat sich ja dann mal ordentlich im Funk ausgekotzt, um es mal so zu formulieren. Und das Ganze hat ja... Echauffiert. Bitte Kai, was? Echauffiert. Echauffiert, ja, ein bisschen. Er war immer so ein bisschen lautstark, kann man sagen. Er hat seine Gefühle immer ein bisschen kundgetan, verständlicherweise, weil das hätte ja eigentlich ein erfolgreiches Wochenende werden können für Ferrari. Letztlich wurde es ein eher suboptimales Rennen und ja, von Platz 1 ging es für Charles Leclerc nämlich dann direkt auf Platz 4, weil nämlich auch dann Red Bull in der gleichen Runde auch einen Doppel-Boxen-Stop hingelegt hat. Und das war dann wiederum für Sergio Perez und auch für Max Verstappen dann jeweils die Gunst der Stunde, die man genutzt hat. Frage mal an Marc gerichtet. Wie unfähig war Ferrari gestern, oder vielmehr wie fähig war Ferrari gestern eigentlich, Charles Leclerc den Sieg zu verhauen? Ja, das haben sie gut gemacht. Hat geklappt. Was hast du gedacht, Marc, als du das mitbekommen hast, als es diese Szene gab? Du warst ja auch in Monaco vor Ort, hast du es ja auch kommentiert. Was ging dir da durch den Kopf? Also ich habe erstens mal nicht verstanden, um von vorne anzufangen. Perez war der Verfolger, also der heißeste Verfolger von ihnen. Perez ging an die Box und hat sich Intermediates geholt. Warum zum Teufel holt man dann nicht, wenn du einen Fahrer hast, der ein paar Sekunden vor dem Feld herfährt, dann musst du reagieren, was die Konkurrenz macht. Ganz genau. Dann musst du, wenn du spätestens die nächste Runde musst du deinen Fahrer reinholen und das gleiche machen. Damit du, dann bleibt der Vorsprung erhalten. Teilweise, ja. Aber was haben sie gemacht? Sie haben zwei Runden gewartet, bis der Vorsprung weg war. Und dann haben sie Leclerc auch Intermediates gegeben. Ja, dann hat er eigentlich schon verloren gehabt. Und dann wollten sie einen Undercut machen. Das heißt, sie haben ihn in Leclerc früher reingeholt, um ihm Slicks zu geben, damit er dann eine Chance hat, mit Slicks eine bessere Rundenzeit zu fahren, um einen Undercut zu schaffen. Aber dabei haben sie übersehen, dass das Salz an der Box steht. Sorry, aber das ist einfach schlechtes Management. Und ich möchte etwas erinnern, dass wir auch schon diskutiert haben, damals in Miami. In Miami war es so, dass ein virtuelles Safety Car war und der Max Verstappen fährt an der Box vorbei und dann heißt es Safety Car. Und in dem Moment hätte Leclerc an die Box geholt werden können und weiche Reifen geben. Haben sie verschlafen. So, jetzt haben sie zum zweiten Mal was verschlafen. Also mit so einer Strategie wird Leclerc nicht Weltmeister. Harte Worte. Norbert, teilst du Marks Worte? Also war das einfach wieder mal ein unkluger Schachzug, den man da versucht hat? Auch so ein bisschen vielleicht dem Druck geschuldet? Ja, ich glaube, dass man da tatsächlich alles besonders gut machen will und viel zu lange Wege hat. Und ich will auch nochmal an eines erinnern, dieser Tracker, den jeder in seiner Strategie hat. Also wo Autos gezeigt werden, an welcher Stelle sie sich gerade an der Rennstrecke befinden. Der stimmt halt nicht hundertprozentig. Und es wird nach dem Tracker gegangen und dann wird noch Stay Out gesagt, wenn das Auto schon dir praktisch mehr oder weniger vor der Nase steht. Und deshalb lohnt es sich da immer. Und nochmal, ich war da oft genug dabei und ich habe auch Strategiefehler erlebt, die aussehen als, sag mal, was habt ihr denn alles verpennt? Nur in diesem Falle wollte man es besonders gut machen, war es sicherlich auch unter Druck. Und ich meine, ich kann jetzt Stay Out sagen, wenn ein Auto in der Boxenstraße ist. Vielleicht hat er den Überblick nicht, der Ingenieur, der spricht. Aber neben, die Daten sind wichtig, der Tracker ist wichtig. Aber dem Tracker zu misstrauen in Monaco ist angesagt mehr als an jeder anderen Strecke. Also der Tracker ist, der zeigt dir, an welcher Stelle das Rennauto auf der Rennstrecke gerade ist. Digital hat man das auf dem Bildschirm. Und es ist Mercedes schon passiert, es ist allen Möglichen schon passiert, dass man da ein falsches Kommando gegeben hat. Aber das muss man in Monaco in dem Vorgespräch, dem Team internen, sicherlich beachten. Und was der Marc gesagt hat, ist vollkommen richtig. Das war wirklich keine Raketenwissenschaft. Wenn du in Führung liegst, der hinter dir geht rein, dann hast du genügend Zeit zu einem ordentlichen Boxenstopp. Wenn ich aber den Doppelschlag machen will, ich hole sie beide rein. Marc, eines muss man auch noch sagen, der zweite war dann in dem Moment der Leclerc, der länger stand als notwendig, was halt die Gefahr ist bei einem Doppelstopp. Und da hat er Zeit verloren. Und das ist einfach das zusammen, erträgt so ein Rennen nicht. Dann bist du hinten an einer anderen Strecke, kann man per Speed, Undercut, whatever, wieder überholen. Aber Trackposition ist in Monaco das Wichtigste. Da gab es Rennen, da ist man schon 10 Sekunden langsamer gefahren, als man konnte und ist trotzdem vorne geblieben. Da gab es Graining auf den Vorderreifen und dann fährt ein guter Fahrer so lange, so langsam, bis das Graining aufhört und wird trotzdem nicht überholt. Und wir haben das ja auch schon gesehen im Hinterfeld, wenn ein schnelleres Auto da ist. Wir haben es jetzt übrigens auch bei Lewis Hamilton gesehen. Der kam nicht an Alonso vorbei. Alonso hat seine Reifen geschont und hat hinterher dann wieder Gas gegeben. Also Monaco ist das sehr speziell zusammenfassend. Du darfst deine Position auf der Rennstrecke möglichst nicht aufgeben und musst das an Strategie machen, was dir deine Position erhält. Und das wäre möglich gewesen nach dem Stopp, nach dem vorgezogenen Stopp von Red Bull. Und wie Marc sagt, hätte man das Gleiche gemacht, dann wäre die Sieg-Chance absolut intakt gewesen. Kann ich mal so, auch gerade jetzt mal an dich gerichtet, du hast das Rennen ja gestern auch gesehen, kann man sagen, dass, wenn man sich die bisherigen Rennen, sieben Rennen anschaut, man hat bei Ferrari nach all den Jahren endlich wieder mal ein Paket, wo man um die WM mitfahren kann. Und jetzt macht man durch solche Entscheidungen Charles Leclerc WM kaputt, Fragezeichen? Also ich habe ja auch erstmal eine spontane Reaktion gehabt, als ich das gesehen habe und fühlte mich irgendwie erinnert an, ich weiß nicht in welchem Jahr es war, aber es ist mal gewesen, seinerzeit in Kuala Lumpur, da bekam der Kimi Rai Können bei Knochen trockener Strecke schon mal Regenreifen aufgezogen bei Ferrari, weil man gehört hatte, gleich regnet es. Aber dass man so rechtzeitig dann schon Regenreifen draufsetzt, da war ich damals wach und habe nur überlegt, wer hat das um alles in der Welt entschieden? Und ich frage mich gerade, ob irgendjemand aus der Abteilung bis zum heutigen Tag in der Strategieabteilung überlebt hat bei Ferrari und da auch mit war. Weil nochmal, es gibt so Dinge, da lasse ich mich immer gerne belehren und aufklären, aber dann gibt es diese einfachen Basics. Und das ist das, was der Marc eben so schön gesagt hat, also da geht Red Bull, geht rein und das Einfachste ist, dann mache ich dasselbe. Wie heißt es so schön, man covert sich. Also das hat ja nun jeder begriffen. Und warum man diese Basics nicht so ganz einfach einhält, ist für mich mit nichts zu erklären und auch nicht mit Treckern und digital, das ist doch fast schon ein gesunder Menschenverstand, da einfach nur zu reagieren. Dann würde ich denen empfehlen, dann schmeißt euren ganzen Digitalkram aus der roten Box raus, rede mit eurem Fahrer und frag ihn, Junge, was möchtest du machen, was schlägst du vor? Du fährst da draußen und dann sagt er, wie seinerzeit ein Michael Schumacher oder ein Senna, ich komme jetzt rein, gib mir die Reifen oder ich mache dies, ich mache das. Aber so, das war ja jetzt nicht irgendwie, das kann passieren. Na klar hat da jeder schon daneben gelegen. Red Bull hat auch schon mal in Monaco, glaube ich, den Ricciardo mit einer falschen Strategie gestraft. Sogar bei Mercedes, ja, ja, ich will es nicht sagen, aber auch da sind ja Fehler passiert. Klar. Es gibt manchmal eben Dinge und da sage ich, und das ist für mich so einfachste, das ist ja echt jetzt keine Mathematik mehr, sondern das ist einfache Basis, darauf zu reagieren, was die dann machen. Die geben dir sogar die Vorlage, dass du sagen kannst, okay, ich fahre die Runde zu Ende, komm dann rein und dann haben wir genau das. Wenn der Stopp einigermaßen gut geht, haben wir dasselbe wie vorher und dann überlegen wir, was machen wir mit den zweiten Autos. Und da bin ich auch ratlos, warum und in welcher Hektik das so dann entsteht und wer bei sowas dann das letzte Wort hat. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de. Die Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de Die Sendung in voller Länge gibt es auf die Seite, wenn wir, 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 wenn wir. Bis zum nächsten Mal.